Hallo, hey, ich bediene hier mit einem Shelly-Taster mein LED-Band, welches adressierbare LEDs sind. Ja, kannst du das auch? Die normalen Shelly-Geräte, wie hier der RGBW oder der zukünftige RGBW+, der kommen wird, kann das natürlich nicht. Der kann nur ganz einfache LED-Bänder wie dieses hier bedienen, wo dann das ganze LED-Wand die gleiche Farbe hat. Hier habe ich dir eine Lösung, wie du adressierbare LEDs über W-Led und Shelly bedienen kannst. Ja, super spannend, echt cool. Ich bediene hier mit dem Shelly-Taster dieses W-Led-LED-Band. Wie das genau geht und was man dazu braucht, zeige ich alles hier in diesem Video. Wenn du an Smart Home-Themen interessiert bist, dann abonniere meinen Kanal, so unterstützt du meine Arbeit. Herzlichen Dank. So, jetzt hier ab der App und das LED-Band geht an. Hier der Taster. Kann ich auch ein Preset abrufen mit einer Szene. Und das alles komfortabel in deiner Shelly-Welt. Cool, oder? Ja, wie geht das Ganze? Ich habe mir hier von Atom einen solchen LED-W-Led-Controller gekauft. Alle Details zu diesem Gerät habe ich bereits auch schon in einem Video gezeigt. Das werde ich dir hier verlinken. Genau, und hier ist die W-Led-Software schon drauf. Da musst du nichts mit deinem Arduino oder sonst was basteln und flashen und alles zusammen. Du kaufst dir dieses Gerät, schliesst dir hier dein LED-Band an. Ob es ein solches ist, ein solches oder hier sowas, spielt alles gar keine Rolle. Die Geräte oder LED-Bänder, die dieses Controller verarbeiten kann, findest du im Datenblatt vom Hersteller Atom hier. Hier ist man dann sehr verschieden, äh flexibel und richtet dann den Controller hier mit der W-Led-App ein. Hier kann man danach schalten, entsprechend Szenen anwählen. Und das LED-Band schaltet mit. Jetzt die Beleuchtung hier ist nicht ganz ideal. Auf der Kamera sieht man die Farbeffekte nicht so gut, aber das LED-Band ist in einem einwandfreien Zustand. Und hier kann man es wieder ausschalten. Und ihr hört, hier hat es ein Rölle verbaut, das dann 12-Volt-seitig oder welche Spannung ihr hier immer habt, entsprechend ausschaltet. Und so kann man es dann auch wieder einschalten. Über den Taster hier, wie es kommt. Und die Effekte sind hier die gewohnten und der Rest ist alles, wie in der W-Led-Applikation vorhanden ist. Könnt ihr über die W-Led-App auf deinem Handy entsprechend das Gerät einrichten und bedienen. Und jetzt habe ich mir hier eben solche Presets abgelegt, welche ich dann über den Shelly ansteuern werde. Ich habe hier ein normaler Shelly Plus 1 hinten verbaut. Und wenn ich jetzt hier einschalte, werde ich an diesen Controller hier der Befehl schicken, per HTTP-Request, hey, bitte ein oder eben wieder aus. Und entsprechend kann ich das hier in der App machen und sehe hier auch den Status, es ist ein oder aus. Natürlich ist die Status-Rückmeldung nicht die Live-Rückmeldung, aber das, was ich entweder hier oder hier gesendet habe. Jetzt habe ich eingeschaltet und habe mir hier ein Shelly i4 dahergenommen und kann hier dann auch noch Szenen umschalten. Und somit bin ich total flexibel und bleibe in der Shelly-Welt. Ja, so kann ich das ganz einfach machen. Ja, wie geht das in der Shelly-App? Habe ich mir jetzt im Testraum dieser Taster, das ist der hier, der W-Led-Taster angelegt. Unter Aktion oder Aktion habe ich mir zwei Aktionen angelegt. Einmal LED aus und einmal LED ein. Die sehen dann wie folgt aus. Das ist der Name. Dann, wenn der Aktor ausschaltet, dann soll eine Aktion passieren und nämlich ein HTTP-Request mit dieser URL, win-t, gehen wir nachher drauf ein, soll er an diese IP senden und fertig. Das selbe beim Aus, respektiv ein, beim Einschalten soll er diesen Befehl, genau, auch senden. Das funktioniert einwandfrei und das ist schon der ganze Zauber. Entsprechend kann ich schalten. Cool, oder? Ja, wo finde ich die ganzen Befehle? Auf der Page. Kno, LED, bla bla bla. Ihr könnt da auf Google W-Led API eingeben. Dann kommt ihr auf diese Seite. Die werde ich euch dann noch verlinken. Die sieht dann wie folgt aus. Und hier ist der Aufbau vom Befehl beschrieben. Hier einmal die IP-Adresse. Dann slash win. Und dann der zusätzliche Syntax. Um beispielsweise mit und t gleich 0, 1 oder 2 kann ich dann diesen Controller mit 0 ausschalten, mit 1 einschalten oder mit 2 toggeln. Und dasselbe hier unten mit den Presets kann ich mir mit dem Befehl und PL für Load die Presetnummer angeben. Und entsprechend wird dann das Preset geschaltet. Das habe ich jetzt dann hier gemacht. Auf dem I4. Genau. So einfach geht das. Wenn ich jetzt hier beim I4 reingehe, sieht das genauso aus. Ich habe mir die Funktion angelegt. Wenn der Taste gedrückt wird, wird dann dieser Befehl gesendet. Ich habe dir auch schon das Problem, wenn ich das hier eingegeben habe, dass es nicht funktioniert hat. Dann musst du hier in den Einstellungen, Geräteinformation, das Ganze im Browser öffnen. Und dann hier unter Input, Aktion ist hier unten, das Ganze hier im Browser eingeben. Und dann funktioniert es. Diesen Befehl kannst du auch in deinem Webbrowser hier unten als URL eingeben und so entsprechend das Ganze testen. Und dann weisst du, ob der Befehl, welcher du zusammengesetzt hast, auch funktioniert. Ja, so einfach geht das Ganze hier über die Shelly App und kannst das so genial gut realisieren. Ich hoffe, ich konnte dir diese Funktion und diese ganzen Abläufe etwas näher bringen und dass auch du zukünftig adressierbare LED-Strips über Shelly bedienen kannst und somit dein Smart Home ganz flexibel erweitern kannst. Ich danke dir für einen Daumen hoch und ein Abo und ich freue mich, genau dich wieder auf meinem Kanal zu sehen. Und tschüss! ! sondern Bis zum nächsten Mal.